Die Frage ist nicht wie, sondern wann. Die Frage ist nicht wie, sondern wann. Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir ignorieren, ist ein Ozean. Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir ignorieren, ist ein Ozean. Nicht nur die Vergangenheit beeinflusst die Zukunft. Aber die Zukunft beeinflusst auch die Vergangenheit. Nicht nur die Vergangenheit beeinflusst die Zukunft. Aber die Zukunft beeinflusst auch die Vergangenheit. Es gibt keine Magie, nur Illusion. Die Dinge ändern sich nur, wenn wir sie ändern. Aber man muss schlau sein, es im Geheimen tun. Und dann wirkt es wie Zauberei. Es gibt keine Magie, nur Illusion. Die Dinge ändern sich nur, wenn wir sie ändern. Aber man muss schlau sein, es im Geheimen tun. Und dann wirkt es wie Zauberei. Unser Denken ist von Dualismus geprägt. Eingang Ausgang Schwarz-Weiß Gut schlecht alles erscheint als gegensätzliche Paare. Aber das ist falsch. Unser Denken ist von Dualismus geprägt. Eingang Ausgang Schwarz-Weiß Gut schlecht alles erscheint als gegensätzliche Paare. Aber das ist falsch. Wir sind nicht frei in dem, was wir tun, weil wir nicht frei sind in dem, was wir wollen. Wir können nicht überwinden, was in uns ist. Nur wenn wir uns von Emotionen befreit haben, können wir wirklich frei sein. Nur wenn wir uns von Emotionen befreit haben, können wir wirklich frei sein. Nur wenn sie bereit sind, das zu opfern, was sie am meisten lieben. Ein Mensch lebt drei Leben. Das erste endet mit dem Verlust der Naivität, das zweite mit dem Verlust der Unschuld und das dritte mit dem Verlust des Lebens selbst. Es ist unvermeidlich, dass wir alle drei Phasen durchlaufen. Der Tod ist unbegreiflich. Aber man kann sich damit abfinden. Bis dahin werden sie sich jeden Tag fragen, ob sie die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Der Tod ist unbegreiflich. Aber man kann sich damit abfinden. Bis dahin werden sie sich jeden Tag fragen, ob sie die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Gott ist Zeit und Zeit ist nicht barmherzig. Seit wir geboren sind, entgleitet uns unser Leben bereits. Unweigerlich erwartet uns der Tod. Unser Schicksal ist nichts anderes als die Verkettung von Ursachen und Wirkungen, in Licht und Schatten. Gott ist Zeit und Zeit ist nicht barmherzig. Seit wir geboren sind, entgleitet uns unser Leben bereits. Unweigerlich erwartet uns der Tod. Unser Schicksal ist nichts anderes als die Verkettung von Ursachen und Wirkungen, in Licht und Schatten. Unser Schicksal ist nichts anderes als die Verkettung von Ursachen und Wirkungen, in Licht und Schatten. Unser Schicksal ist nichts anderes als die Verkettung von Ursachen und Schatten. Untertitelung des ZDF, 2020